Interview mit einem Kupferdien Na also gut, was wolltest du denn wissen? Ah, den Trick wollen sie wissen, also wir haben da unsere sogenannten Dritzelhaken, die heißen so, was Dritzel geht, wenn sie nicht auf den scheiß Strom aufpassen, die holen bis zu 1.21 Gigawatt Starkstrom, dann fassen wir die zappelnde Beute, also das Kupferkabel, und dann zwei zache Zwicker mit der Isolierflex und so haben wir den Schatz. Wir sind ja meistens zu dritt, um nicht so viel Aufsehen zu erregen, deswegen tragen wir auch Ninja Kostüme. Außerdem reiben wir uns mit Brandwein ein, um am Gürtel im Morgengrauen keine hartfreien Pheromone zu hinterlassen. Sie sehen also, wir sind all am besten organisiert. Eigentlich darf ich das ja nur Insider sagen, aber es ist ja anonym. Wir verfügen über den neuesten albanischen Hightech-Digets, unter anderem über den Kupfer-Trieb 3000. Falls ich Ihnen noch kurz die Spezifikationen sagen darf, da kriege ich nämlich ein bisschen was dafür. Der Kupfer-Trieb 3000 ist ein Stealth-Tieflader mit eingebautem hydraulischen 3-Tonnen-Kran. Außerdem besitzt er einen eigenen, eingebauten Park-O-Maten, um Probleme mit den Behörden vorzubaut. Sicherlich ist es die albanische Version, abgekupfert von der amerikanischen, dem echten Kupfer-Tief USA. Der Traum jedes Kupfer-Tiebs. Man bleibt heute unerfüllbar. Der Kupfer-Tipp hat die Tempfer-Tribuss. Ja mei, das ist leicht. Meistens sind wir ja schon bei der Eröffnungsfeier von einer echten Station dabei. Bei so viel Leid voll das Resort landen wir gedacht. Ansonsten fluktuieren unsere Ziele, der Kupferdrieb 3000 macht ja 300 Sachen pro Stunde mittelbar. Da sind wir einmal Favoriten und in 10 Minuten im Frühstück. Da kann die Polizei natürlich nicht konkurrieren. Das sehe ich schon ein, dass die frustriert sind. Ich muss jetzt aussteigen, bei der Station gibt es Arbeit. Wissen Sie was Herr Sockenbauer? Ich komme in ein Hunderter und Sie mögen mir, wenn Sie irgendwo auf der Strecke herausragende Kupferkabel sehen. Deal?